Manifestation ist ein Prinzip. Das ist so wichtig, dass du hier den Unterschied verstehst, dass Manifestation ein Prinzip ist und dass es nicht darum geht, eine Art und Weise oder eine Methodik zu erlernen und diese dann anzuwenden. Es ist genau andersrum. Zuerst darfst du verstehen, was Manifestation für ein Prinzip ist. Manifestation funktioniert wie Energie. Es ist das energetische Prinzip. Das energetische Prinzip kennst du, weil du schon oft gehört hast, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und genau darum geht es. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, heißt die Energie manifestiert genau das, worauf du Aufmerksamkeit gibst. Was ist Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist so viel mehr als nur drauf schauen. Aufmerksamkeit sind Sachen, mit denen du dich beschäftigst, sind die Dinge, über die du nachdenkst, sind deine Überzeugungen, sind deine Annahmen, sind das, was du glaubst, wirklich. Das hat deine Aufmerksamkeit. Was hat noch deine Aufmerksamkeit? Die Dinge, die du fürchtest, wovor du Angst hast, dass du glaubst, nicht gut genug zu sein, dass du glaubst, abgelehnt zu sein, dass du glaubst, nicht unterstützt zu sein. All diese Dinge haben deine Aufmerksamkeit. Deswegen ist es natürlich so wichtig zu beobachten, womit du dich beschäftigst. Nicht einzelne Glaubenssätze, nicht einzelne Überzeugungen auseinanderzunehmen, sondern was ist gerade so wichtig in meinem Leben? Wovor habe ich gerade so Angst? Womit beschäftige ich mich? Und dann kannst du hier den Abgleich machen, ob du dich tatsächlich begeisterst für die Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Begeisterst du dich für die Sachen, die gerade in deinem Lebensmittelpunkt stehen? Und es gibt nämlich auch negative Begeisterung. Und das ist eben die Angst. Und trotzdem wirkt dieses Prinzip. Und die Dinge, vor denen du Angst hast, machen dir noch mehr Angst. Und dann siehst du, wenn die Dinge in dein Leben kommen, wenn sich Sachen zeigen, die dich noch mehr beängstigen, dann weißt du, dass du auf die falsche Seite des Lebens schaust. Nämlich auf die dunkle Seite, auf die ängstliche Seite, auf die beschränkte Seite. Dann weißt du, dass du nicht in deiner Macht stehst, in deiner Power stehst, in deinem Divine Design stehst. Weil wenn du in deinem Divine Design stehst, weißt du, dass deine Macht in dir wohnt und dass deine Macht Liebe und Erfüllung ist und genauso Begeisterung. Und das ist ein Training für deinen Verstand. Weil dein Verstand weiß ganz andere Dinge. Dein Verstand kennt die Dunkelheit. Dein Verstand kennt den Schatten. Dein Verstand kennt die Angst. Dein Verstand kennt die Strafe. Dein Verstand kennt die Schuld. Dein Verstand kennt die Sünde und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo du dieses Prinzip verstehst der Manifestation, weißt du, dass es darum geht, deinen Verstand neu zu informieren und aus den höchsten göttlichen Tönen heraus. Aus den Tönen, aus der Vorstellung der Fülle, aus der Vorstellung der Liebe. Liebe ist nichts anderes wie Erfüllung. Liebe ist nichts anderes. Ja, dir fehlt nichts. Das ist die Liebe. Und wenn du nach diesem Prinzip anfängst zu leben, manifestieren sich natürlich auch Dinge in deinem Leben, die genau diesem Divine Design Prinzip entsprechen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Schaue weiterhin auf meinem Kanal. Wenn du in dieses Training einsteigen möchtest, wenn du bereit bist, wirklich diesen Shift deiner Persönlichkeit, deiner Identität von diesem beschränkten, ängstlichen Ego-Human Design vorzunehmen in ein Divine Design, in deine Divine Design Persönlichkeit, in dein Divine Design persönlichen Brand, in dein Divine Design Business, bist du bei mir absolut an der richtigen Stelle. Denn es bleiben keine Fragen offen. Es geht nur noch darum, dass du dich darauf einlässt, diese Divine Design Reise für dich jetzt zu betreten und nie wieder aufzuhören.